Der Erste gegen den Dritten. In St. Pölten hat aber der Winter heute schon begonnen und auf Ausrutscher möchten die Niederösterreicher heute gerne verzichten. Verzichten muss St. Pölten die Mannschaft mit dem besten Sturm auf den besten Torschützen. Denn Rotter ist gesperrt und der zweitbeste Konjarek sitzt auf der Bank. Ried, das Team mit der besten Verteidigung, über Ivsic und Mraz. Und Stanislav Jewitsch erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das erste Tor. Und 20 Minuten nach Seitenwechsel erhöht Möseneder für die perfekt konternden Rieder auf 2 zu 0. Für St. Pölten also doch ein Ausrutscher, der zweite zu Hause, der zweite gegen oberösterreichische Klubs. Und einen Ausrutscher leistet sich auch Ex-Austrianer Aigner. Gelb-Rot nach Faulern Glasner. Dazu gibt es noch zehnmal Gelb und Ried bleibt beim 2 zu 0 in St. Pölten zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Und auf dem Totoschein ist dies Spiel 5 und Tipp 2. Und schauen wir uns die weiteren Ergebnisse in der zweiten Division an. GRK gegen Stockerau 3 zu 0. Flavia Solver gegen Leoben 0 zu 0. Spital gegen Wiener Neustadt 3 zu 0. Puch-Braunau 3 zu 4. Oberwart gegen Sportklub Gerersdorf 2 zu 2. Viener Klingenbach. Er zieht in der Meisterschaft gegen Olympia.